Hallo, schön, dass ihr auch heute wieder da seid, am zweiten Adventssonntag. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise, die nicht direkt mit der Weihnachtsgeschichte im ersten Moment zu tun hat. Sie steht nicht im Lukas-Evangelium, mit dem ich letzte Woche angefangen hatte. Aber trotzdem kommt sie immer wieder im Krippenspiel vor, weil es ganz wichtig ist, dass auch die drei Weisen aus dem Morgenland Jesus besucht haben. Die drei Weisen, Kaspar, Melchior und Balthasar, hatten in Karten und Büchern von einem Stern gelesen, der die Geburt eines großen Königs ankündigen sollte. Und sie machten sich dann auf den Weg. Ein jeder für sich war auf dem Weg nach Bethlehem. Mann, wo bleiben die, Jan? Ich habe extra Sachen zum Essen mitgebracht. Immer muss ich auf die warten. Sie hatten extra diesen Treffpunkt ausgemacht. Und jetzt sitze ich hier. Da bist du ja endlich. Ist das anstrengend. Ich brauche jetzt meine kleine Pause. Mein Herz. Hier, guck mal was. Danke. Wo warst du denn so lange? Der Weg war so weit und so steil. Ich warte seit Stunden auf euch. Ich habe extra was mitgebracht. Aber wo bleibt Melchior? Ich weiß es nicht. Der hat es bestimmt wieder für Rett. Dem erwarten wir auch. Wie ist denn der Stern? Wie lange bist du eigentlich unterwegs gewesen? So ungefähr drei Wochen, denke ich. So ungefähr drei Wochen, denke ich. Boah, ganz schön lang. Dann bist du ja endlich. Entschuldigung. Ich habe mich verlaufen. Ja, dann lass uns doch gleich loslaufen. Ja, ich habe mir was mitgebracht. Moment, kleine Pause. Das ist erst mal wach. Was ist denn hier? Das war so anstrengend. Ich musste ja den Berg hoch. Und mein Herz. Ja. Habt ihr eigentlich Geschenke dabei für den König? Oh, ich habe mich zu Hause vergessen. Ich habe es mir schon gedacht. Ich war auf dem Bazar und habe euch was mitgebracht. Ich habe für dich... Mürre. Ich nehme die Mürre. Juchu. Für dich den Walrauch. Dankeschön. Super. Und ich habe Gold mitgebracht. Großartig. Dann lass uns was essen und dann gehen wir los. Machen wir es. Nimm du die La Perle. Was mache ich? Und dann können wir endlich losgehen. Ja, ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Habt ihr eure Geschenke? Ja. Na dann. Kaspar, Melchior und Balthasar machten sich auf den Weg. Denn das Schönste lag noch vor ihnen. Und hier endet unsere zweite Geschichte. Ich freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020